Ho, 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 Kinders! Seid dabei und steigt mit ein. Jetzt geht's wieder los mit Ahsoka und dem Lego Star Wars Adventskalender. Wir haben heute unser 22. Türchen. Bald ist Weihnachten. So, das Child. Mei, in einer süßen Weihnachts-Edition. Jetzt hätte ich eben beinahe da den Latz umgehängt, aber da sitzt er natürlich drin. Mei, lieb, schön. Also für so einen kleinen Maßstab echt nett. Einen schönen Weihnachtspulli hat er an, hinten nichts drauf gedruckt, aber vorne nett. Sieht gut aus, muss ich mal sagen. Der Druck ist sauber, kann man lassen. Ja, und dann haben wir jetzt schon den Weihnachtskrokodas stehen. Das war es auch schon wieder für das heutige Video. Unterstützt mich doch bitte mit einem Like, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Lasst es euch gut gehen, bleibt neugierig und tschüss!